Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Man NFL Football. Wir sind zurück im Zero Chill Event, haben die 16. Challenge der Ironman OOP Snowball Fight Serie zu spielen. Gehen wir mal da rein. Don Terry Poe von den Carolina Panthers. Das Spiel ist in den letzten Minuten des dritten Quarters und wir liegen mit drei Punkten vorne. Das war schon mal gut. Und die Ironman, also das Zero Chill Team, hat den Ball und will Points aufs Board kriegen. Ja, davon würde ich doch mal sagen, halten wir sie einfach mal ab. Weil so einfach ist es ja nun doch nicht. Schauen wir mal, was wir da machen können. Aaron Rodgers, ja, Riesenvertrag bekommen in der Off-Season. So ein bisschen als Favorit, auch in ihrer Division gegrollt, neben den Minnesota Vikings. Tja, McCarthy ist mittlerweile kein Trainer mehr. Die Chicago Bears sind in den Playoffs, die Vikings nicht, die Packers nicht. Nicht so die Saison eines Aaron Rodgers. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Head Coach, wer immer es sein wird, in Green Bay weitergeht. Wird eine spannende Saison nächstes Jahr in Green Bay. So, Eddie George, Terrell Owens, die Marcus Ware auf Seiten meiner Cowboys. Deion Sanders, Calvin Johnson und die Andrew Hopkins auf Seiten des Zero Chill Teams. Dann schauen wir uns mal die Konstellation an, die wir hier im Genauen haben. Das Zero Chill Team hat einen zweiten Versuch und sieben an meiner 40-Jahr-Linie bereits. Sie liegen mit drei Punkten hinten. Wir haben noch 1,45 zu spielen im dritten Quarter. Über die Auszeiten müssen wir uns jetzt noch keinen Kopf machen. Das machen wir nachher nach dem Two-Minute-Warning. Zweiter und sieben. Sozusagen müssen wir erstmal sehen, dass wir sie hier aus der Field-Goal-Range herausbekommen. Da sind sie nämlich bald auf 5 Yards, dann ist das schon fast realistisch. Und da haben sie die 5 Yards und mehr, denn das ist ein neuer First Down an der 30-Jahr-Linie. Erster Versuch und 10. Oh, das war eine Flagge, das sah nach einem Offside aus. Oh, ein Fallstart gegen die Offense. Hoho, wunderbar. Ich habe eigentlich mit Tyron Crawford gerechnet, so wie der da rumlief. Erster und 15. An der 35-Jahr-Linie. Sind sie genau an der Grenze? Einer Field-Goal, eines guten Field-Goal-Versuchs. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon verdammt riskant. Viel Druck auf Rostesberger, der kriegt den Ball noch los. Was für ein Play. Wahnsinn-Spielzug. Also Respekt, der war wirklich geil. Da muss man mal neidlos anerkennen. So, der PET. Ich versuche mit Abusi zu blocken. Aber der ist gut. Und damit führt das Zero-Chill-Team mit 17 zu 13. Eine Minute, acht Sekunden sind im dritten Quarter noch zu spielen. Hier kommt der Kick. Auf den Return freut sich Dion Sanders. Und wir laufen aber über die linke Seite. Ah, da kommen wir nicht gut in den Spin-Move hinein. Sonst wäre da freie Bahn gewesen. Das war der Wide Receiver, Dion Sanders. Den wir da eben gesehen haben. So, an der 39-Jahr-Dienung kommen wir mit unserer Offense aufs Feld. Fangen wir mit dem Tight-End-Angle an. Attackieren die Mitte mit Sharp. Owns, wenn da draußen eins gegen eins ist, ist ja auch noch ne Option. Ansonsten ist Jarwin meine Sicherungsoption hier bei der Nummer. Aber Sharp ist da so alleine. Und holt ein neues First Down an der 32-Jahr-Dienung des Zero-Chill-Teams. Das ging doch mal zügig. Play-Action-Cross-Burst-Cross. Den probieren wir mal. Einfach schon, weil der Name so geil ist. So, ich konzentriere mich auf Sharp und auf Eddie George. Guck mal mit einem Auge, was Terrell Owens da draußen so macht. Aber ich gehe auf mein Tight-End. Sichere Nummer, Ball ist an der 13-Jahr-Dienung. neues first down schaffen wir noch ein spiel zuvor ende des quarters oder läuft mir da die zeit davon versuch es land schaut am mai cooper schafft ist meine sicherungsoption am mai cooper in der endzone touch down cowboys sehr schön hat er eine cornerback zu spät reagiert der pet ist unterwegs der sieht gut aus jetzt haben wir eine drei punkte führung ist hier wieder über eben verloren hatten jetzt haben wir uns wieder geholt so und das war auch gleichzeitig das ende des dritten quarters wir gehen also gleich hinein ins schlussviertel fünf minuten zu spielen hier ist der kickoff kopf geht bis hinter die goal line wird jetzt zurückgetragen laufe ich denn hin ich habe keine ahnung gehabt meinem ersten gunner bin ich ja weiß wo durch die gegend gelaufen hatte mehr interesse an der endzone des zero chill teams als an dem returner so da muss ich dann mal eben um switchen auf eine man-to-man blitz aufstellung per audible erster und zehnt von der 9 20 rochensburgers immer noch auf den beinen riesen run hier des quarterbacks kommt bis an die 47 jahr linie das war mal ein mordslauf das kennt man gar nicht von big ben als problem ist der ist halt big ben passt halt sehr gut der ist halt groß und eine echte kante die kriegt man auch nicht so einfach zu boden knallharter hit aber der receiver hält den ball fest heißt wir haben einen zweiten versuchen sechs an der 43 jahr linie so wir blitzen weiter vollständiger pass weil es an der 32 jahr linie das heißt in der field goal range die sie bräuchten um das spiel hier mit einem field goal einem erfolgreichen field goal versuch unentschieden zu gestalten die hätte das zero chill team jetzt sogar schon müssen wir aufpassen dass sie hier nicht noch näher kommen und wir uns hier vielleicht noch einen touchdown einfangen laufspiel durch die mitte das konnten wir aber stoppen weil es an der 29 heißt zweiter versuch und sieben aber in der offence da haben sie auch schon deutlich schlechter performt das zero chill team das machen sie diesmal wirklich recht gut weiter und sieben abgewährt wäre schon kein risiko eingegangen das ist noch dann ist man muss nicht immer eine interception werfen ist manchmal einfach mal die hand hochzunehmen und den ball ab tropfen zu lassen das war genau das richtige gerade dritter und sieben damit von der 29 da hat auch ein wassberger keine chance die marcus lawrence kommt durch macht ihr den sack wir haben einen vierten versuch und 14 jetzt kommt der field goal versuch zum ausgleich mit abusi zu blocken und das gelingt ball ist frei und wir haben den ball an der 48 jahr linie erster versuch und 10 keine punkte für das zero chill team heißt wir behalten unsere führung sind jetzt auch schon beim two minute warning zero chill team hat noch eine auszeit wir haben noch zwei das heißt jetzt unbedingt erstmal per lauf in bounce bleiben damit das zero chill team gezwungen ist eine letzte auszeit zu nehmen aber ich muss doch mal ein bisschen über die seite laufen weil da war ja so eine lücke ein träumchen so da ist die letzte auszeit genommen von mike tomlin ball ist eine 33 jahr team wir haben dort ein first down das ist ja schon so ein bisschen so die field goal range die ich auch meinem kicker zutraue erster versuchen 10 an der 33 wir laufen mit eddie george über die rechte seite innen da ist eine mörder lücke ein spin move und eddie george ist in der endzone das hat schon der des cowboys so der kick ist unterwegs und der ist auch gut damit steht 27 wir haben eine zehn punkte führung sprich ein two score game das zero chill team muss also jetzt in der verbleibenden rest spielzeit zweimal scoren wenn sie das spiel hier mindestens oder entschieden gestalten wollen kick geht bis an die goal line wird jetzt zurückgetragen bis an die 27 erster versuchen 10 und das ist ein touch down doch da kommt die uns denn das noch nicht kommt nicht mehr ran sehr geiles play von wasser berger und von richard schermann ist der touch down zum 27 zu 23 ich dachte ich hätte das ding eigentlich schon im sack und dann hauen sie hier so ein big play raus und es steht 27 zu 24 jetzt werden sie natürlich einen onside kick probieren um direkt wieder mit der offence aufs feld zu kommen das muss meine hands team schaffen zu verhindern das tun sie aber nicht tj hilton sichert den ball welches richtig gesehen habe tj hilton nicht tj hilton so erster und zehn an der 40-jahr-linie rosslisberger unter druck wird gesackt zweiter und 20 no huddle offence aber die uhr tickert hier weiter runter sie haben ja keine auszeit mehr brauchen jetzt noch ein viel kommt das spiel auszugleichen wieder druck auf rosslisberger und wieder hat er sehr viel zeit findet sanders neuer erster versuch schon über die mittellinie an der 48-jahr-linie also die offence leistung ist wirklich mal tadellos die sie hier zeigen erster und zehn vollständiger pass der receiver hält den ball fest die uhr läuft weiter das jetzt stellt sich das team auf um den ball zu spiken das haben sie jetzt gerade getan heißt wir haben einen dritten versuch und fünf von der 43 jahr-linie der war überworfen weit überworfen vierter versuch und fünf logisch von der 43-jahr-linie kannst du kein field goal schießen das wären 17 jahr oben drauf dann wenn man bei 60 yards und das kriegst du gerade mit dem schnee den kriegst du nicht hin deswegen wird der vierte versuch ausgespielt rosslisberger mit der bombe und der ist intercepted jeff heet mein strong safety pflückt den ball runter das müsste eigentlich die entscheidung hier im spiel gewesen sein da das jochill team ja keine auszeit mehr hat und wir jetzt einfach aufs lauf spielen setzen können eddie george über die mitte laufen über die linke seite kommt fast an eine neue first down markierung heran zweiter und eins an der 20-jahr-linie die uhr läuft die ganze zeit weiter wir sind da schon bei unter 20 sekunden restenspielzeit eddie george durch die witte geht es nur um das first down das haben wir jetzt geholt so jetzt haben wir einen neuen ersten versuch von 10 an der 22-jahr-linie das sollte jetzt gleich schon der letzte spielzug hier im game sein eddie george läuft nochmal über die linke seite beziehungsweise versucht es kommt aber noch durch und das war's wir schlagen knapp mit drei punkten nur das jochill team bis zum nächsten mal macht's gut ciao